So meine Lieben, herzlich willkommen und moin moin. Hier aus Berlin, ja, wir haben heute Samstag, den 24.12., ziemlich früh, 5.30 Uhr ungefähr und ich werde jetzt schnell ein Video aufnehmen hier, so machen wir eine Weihnachtstour bei sich und ich hoffe, das am ersten Weihnachtstag reinstellen kann. Ob ich das heute noch schaffe, weiß ich nicht, wie ich es versuche, aber sonst spätestens am ersten Weihnachtstag kommt dann. Wir suchen jetzt uns eine Tour, so ungefähr zwei Stunden, vielleicht das schaffe ich da noch. Alles klar, dann wollen wir mal. Auftragsangebot So, wie ihr sind. Irgendwo hier? Video. Wo fahren wir denn hin? Irgendwie in Russland. Oh Gott, oh Gott. Nee, das schaffen wir nicht. Wir brauchen mehrere Tage für. Was ist das? Die E? Griechenmann, wa? Ja. Auch 4.000. Das sind 1.000. Dänemark. Dänemark. 3.000. Schauen wir auch nicht. Ah. Wohl ein bisschen eine Tour, die ich... Ja, England wird es auch nicht. Doch, das könnte was werden. Knapp 1.700er. Was ist hier? Frankreich. Frankreich. Das ist nur 1.000. Polen. 2.700er. Ist wieder zu weit. Das ist zu nah. Ja. Volkstron. Ein paar Mal. Weintrauben. Okay. Wir brauchen nach England, wa? Hehehehe. 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 Nehmen wir das eben. Nehmen wir das eben. So. Da steht unsere Brücke. So. Da steht unsere Brücke. Warum ich den jetzt, äh, abgekoppelt hat. Weiß ich selbst nicht. Herrlich. Und dann bekommen wir das weg. Na, ja. Na, ja, ja. Na, ja, ja. Nehmen wir mal den Moment mal. Wenn ich dich nicht? Nein, ja. Na, ja, ja. Na, ja, ja, ja. Na, ja, ja. Ja, das ist eben etwas Kaffeein. Ich weiß es gar nicht. 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 Entschedìmez ich. Schade ist Oder. Ich weiß es gar nicht. Ja. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Du hast es gar nicht. Ich weiß es charlie von Miriam. Ja, und dann mit der Rappi, Tappi. Sohn und seine Familie Weswegen so früh hier ist das Leben und den Ich glaube, ich habe einen Job mit meinen Geschleuder-Jungs gefahren, ja. Wir hatten noch einen Nachso. Tandem. Ich bin ein Traumschäfer. Ja, ab 6. Januar, also bis 6. Januar, lasse ich hier meine Weihnachtsdeko drin. Deshalb kommt sie wieder raus. Jetzt kommt sie wieder raus. Ja, wenn das klappt, dann werde ich heute noch Vergangssimulator. Vergangssimulator noch ein Video aufnehmen. Dann kommt der auch morgen oder überhaupt morgen rein. Das tut der Wobbel an. Dann kommt sie wieder raus. 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 Danke schön Oh, wir haben schon eine Minute wieder auf dem Konto, bitte. Meine Arbeit ist ja fleißig. Wir haben endlich mal was gemacht. Gute Zeit. Wir haben noch Tanken. Wir bleiben mit. Wir bleiben mit. Wir bleiben mit. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da war ein Moment, das ist der Zwingenbläger hier. Der ATS, der Komplikation. Der ATS kommt noch ein bisschen weiter, weil wir fehlen drei DLCs. Im Moment kann ich mir kein Buch. Wenn ich da Probleme habe mit dem Bezahlsystem. Ich habe das Buch geändert. Ich brauche den QR-Code. Jetzt muss ich auch erst mal umstellen. Ich glaube, ich kann mit meiner Kartenbegabe den Teil benutzen. Da habe ich mir erst eine neue Karten besorgen. Für das Gerät war es dann unsicher. Ich habe mich jetzt erst geholt, den neuen Tankgenerator. Das will ich nicht auf dem Handy machen oder übers Handy. Ich bin jetzt schon zurück und bin sicher. Das machen ja so viele alles was Handy. Da ist schon eine Überwindung, wo mit Karte einzukaufen. Da kann man auch schnell den Überblick verlieren. Da sich nicht immer da eine Quittung geben lässt. Und das genau verfolgt. Da auch genug Geld über den Traum hat. Wenn die Wesen kommt. Da. Die sind ja ganz im Internet. Da wird die Anstattung und neuner. Manchmal, woher sind wir ja schon beim Einkaufen da? Das ist ja immer beim Einkaufen. Manchmal gibt es ja auch immer доступig. Die Karte bezahlen. Die Karte ist ja immer noch ein Spiegel. Mit Mektion ... Nein, 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 nein. Ich glaube... ...wann ist es so schön. Ich habe es nicht so gut. 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 Seit dieser so genannten Pandemie Gezogen wurden da Gar nicht Viele Leute zusammenkommen und so War wieder noch angewöhnt da viel mit Karten zu bezahlen Wenig mit Bargeld Scheiße, aber das war Scheiße, das wollte ja der Staat suchen Verhaftig der sowieso Alles einfach Alles 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Ja, das ist gut. Hier mit der Dallung. Das ist echt gut. Was ist Alex? Ich muss ja das kaufen. Jetzt ist das zum Kotzen hier. Mit dem Teil da reinkommen. Tonio! Wo bin ich denn jetzt? Irgendwo Frankreich. Die Zeitung habe ich jetzt nicht an. Ich muss doch anzeigen, wo ich bin. Wo bin ich denn? Weil ich gerade... Paris. Wo bin ich denn da? Ja. Also, Paris. Paris. Reims. Paris. Da. Kauben. Ja, Mann, Mann, Mann. Ich sag ja so. So, jetzt bin ich da. Ich muss jetzt mal reinfahren, wa? Oh. 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 Das kostet mir. Okay. So. Dann muss man schnell die Garage kaufen. So. 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 Ja, ich glaube, das war's. Oh, yo! Ist ja ein bisschen soft oder was? Kann ich nicht mal sein, ey? Ah, der Scheiß. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020